um ja 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 Herzlich Willkommen zu meinen Let's Play Let's Play Minecraft und ich wollte heute mal eine No-Cheat-Welt starten und darüber dann Let's Play so hier habe ich auch kein Ziel angegeben um machen wir mal ein Bonus dran und fertig neue Werte stellen also ich wollte jetzt nicht so 500 Parts machen, sondern so zwischendurch mal 2 3 jede Woche so 2 und ich spiele jetzt hier immer noch mit der 1 5 2 2 ich hab den gekleckten Account also oh okay ähm ja und direkt stein das ist gut ich wie ich sie sehe bin ich gerade in einer echt guten Welt gespawnt worden hier sind ein paar Blümchen also dieser Part wird heute mal ein bisschen länger weil ich heute mal irgendwie Lust drauf habe mal so ich das ist klatschig noch ein Tech-Tippeck rein oder vielleicht noch ein paar Mods Timber oder so falls die Leute die Timber nicht kennen das ist ein Mod wenn ich jetzt hier bei diesem Baum zum Beispiel jetzt hier so den ganz unteren abschlagen würde dann wird das ganze Holz hier runterfallen also dann nur bis dahin aber dann wird auch nicht nur der einzigste Baum sondern auch andere glaube ich ne das hat ein Freund auf dem Server und so geht das war voll der Bug oder geht das ne ich glaube keine Ahnung auf jeden Fall bauen wir uns jetzt gleich erstmal ein Haus und was zu essen brauchen wir auch das gleiche müssen wir auch schon genug Holz haben nach machen wir noch bis 40 dann reicht das erstmal für eine kleine Hütte vielleicht werden werde ich noch mit ein Kumpel den nächsten Part so 10 oder so 1 Server aufmachen Notcheid auf jeden Fall und ja und falls die Leute Minecraft also falls Leute Minecraft nicht kennen Minecraft ist ein Spiel halt aus Blöcken und man soll halt sein eigenes Reich aufbauen da kann man Monster besiegen halt und ja also man kann halt sich dann halt ähm gucken wie gut man bauen kann letztens auf dem Server mit nem Kumpel ähm haben wir Notcheid gemacht also das war schon so 2-3 Wochen her ähm ja haben wir halt Notcheid gemacht und dann hatten wir richtig coole Häuser so aus Diamant Blöcken hatten wir so um den Fenster herum so so Ecken halt und ich weiß noch ganz genau mein Kumpel hat versucht ein Becken im Haus zu bauen hat er ein Glas vergessen ist sein ganzes Haus überflutet sah sehr witzig aus ich denke wir werden hier so in der Nähe bauen oder hier am Strand und ähm es tut mir leid weil ich hab zweimal mein Tutorial hier reingestellt wie ich ein Intro erstelle und ich hab mir gestern noch ein neues Intro erstellt das ist bessere Grafik und nicht so verpixelt ähm ja und ich mach mal kurz auf Cut und da bin ich wieder ich musste kurz mein Spiel neu starten weil es hat ein wenig geleckt aber ich hoffe es macht euch nichts aus und wenn ihr wisst wie man das Spiel schneller starten also schneller machen kann dann schreibt es mir bitte in die Kommentare ähm eigentlich sehr langweilig für euch dass ich die ganze Zeit nur Holzklopfe ähm ok und hiermit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Part tschüss Montaged Montage Montage cho